Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video kommt mal wieder Cayenne von Lieb. Ihr habt es euch gewünscht und dann bei dabei fischbar. Tut ihr dir nicht Sunny irgendwie leid? Von Leid tun? Auf keinen Fall. Warum? Warum sagen sie das nun? Ach, weißt du, wenn ich nur wer wäre, ist mir völlig egal. Meinst du das wirklich? Ja, klar. Wir können gerne Freunde sein. Alle nennen mich irgendwie schwach, schwäch legen oder so. Aber es wird mich freuen, denn wir Freunde sein könnten. Klar, warum nicht? Na, schön dich kennenzulernen. Wenn du nicht weißt, wie ich heiße, dann heiße ich Cream. Ähm, ja, und wenn du nicht weißt, wie ich heiße, ich bin Sunny. Gut, dich kennenzulernen. Mich freut es auch sehr. Ja, gut. Meinst du, wir sind nicht gemeint zu Sunny? Selbst wenn. Warum? Weil ihr war doch beste Freundinnen und jetzt? Ach, komm, wir gehen raus. Die Menschen sind sowieso nicht da. Meinst du, das dürfen wir? Warum nicht? Interessiert mich sowieso nicht. Wenn sie hineinsagen, hätten sie auch nicht das Hut einfach aufgebaut. Na los. Ich trau mich nicht so ganz. Ach, kein Problem, kleiner Schissi. Na los, komm raus. Es ist jetzt die Bahnfahrt. Na gut. Wie du denkst. Danke schön. Mach ich doch gerne. Ähm, ich muss mal kurz gehen, okay? Ja, okay. Ich warte hier. Ja, gut. Findest du es nicht etwas doof, dass keiner mit dir etwas macht? Ach, nee. Irgendwie nicht. Weißt du, meistens sind alle sowieso irgendwie gegen mich. Ich bin halt nicht so, wie sie sich das vorstellen. Verstehst du? Ja, das kann ich gut verstehen. Bei mir ist es auch so. Dann sind wir doch ein perfektes Team. Ach, vergiss doch einfach Cayenne. Cayenne vergessen. Ja, das wäre schön. Hm, ich glaube keiner ist da. Also kann ich mal kurz. Der Mysteries ist nicht erkundigen. Ah, ja. Mal sehen, ob wir da irgendwas Interessantes finden. Kann ja gut sein. Aha, da haben wir schon noch nicht drauf. Oh, ähm. Waren die mal Freunde? Mr. Ring-Zahn. Ich hab gedacht, sie wären Freunde. Hm, vielleicht finde ich noch etwas. Aber komisch. Vielleicht. Hm, nee, das klingt. Was man alles in einer Box und einer Stute findet. Hm. Was findet man wohl ins Creams? Aber da ist ja noch etwas. Oh, lieber meine Box, bevor sie es findet. Also, was steht denn dort? Für Sunny. Hm, halt dich fern von Cayenne. Wehe, du magst es. Wow. Das ist aber, als hätte ich das nicht gesehen. Ich schmeiß es lieber weg. Mal gucken, was wir noch so alles finden. Und was haben wir hier? Hm. Ah, ein sehr bemaltes Bild. Ähm. Sunny. Miss. Also, das soll Sunny sein. Sie sieht aber anders aus. Mystery ist besser. Ähm. Ich stinke. Beides ist nicht. Das Beides stimmt doch gar nicht. Oder etwa doch. Aber das hat sie doch nicht geschrieben. Aber warum sollte Mystery so etwas schreiben? Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Vielleicht finde ich ja noch einen Brief. Den mir geht es über auch zur Seite. Und hier haben wir noch einen Brief. Dieser ist wahrscheinlich von Sunny geschrieben. So, da steht, liebe Mystery. Ich sage dir eines. Ich liebe Cayenne. Also, lass mir. Hey, Bro. Was ist denn los? Und was liegen da für Zettel? Die Menschen sind gerade wert und... Was sind das für Zettel? Hast du die gemalt? Geh mal zu Hause. Zeig mal her. Ah ja. Okay. Davon bist du fasziniert. Ich verstehe. Für Sunny? Okay. Es tut mir leid. Ich war nur ein bisschen verliebt. Ja. Kenn ich ernsthaft? Ja. Ich liebe Sunny. Und tschüss. Wow. Okay. Ich muss zu Sunny. Bevor sie sich mit diesem komischen... Ice Cream. Ich bin Eis. Okay. Das glaube ich aber nicht. Oder? Sunny, kommst du mit? Ähm, okay. Ach, gut, es ist da. Äh, tada. Wow, es ist wunderschön. Und das meine ich wirklich. Gefällt es dir? Und bediene dich. Ähm, ich hab echt lange gebraucht. Ja, da sieht man... Woher hast du die ganzen Möbel? Ähm, das wollen wir lieber nicht wissen. Das ist aber auch voll egal. Du hast es so schön gemacht und... Probier. Okay. Wow, es schmeckt super. Ja, das muss ich tatsächlich auch so geben. Ähm, ach, lecker. Ähm, nein, isst du zuerst. Nein, nein, du, 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 alles gut. Sunny, ich möchte dir eines sagen. Ähm, als ich dich zum ersten Mal gesehen habe, war ich schon sofort an dich verknallt. Du bist so schön und... Stopp! Boah. Okay, Puh. Ja, 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 ja! Ähm... Ayan, was machst du denn hier? Au. Ähm, Sunny, können wir mal kurz reden? Boah, er macht mir immer alles kaputt. Es war doch alles nicht so gemacht. Und... Ähm... Du vergisst es. Mit uns ist es aus. Verstehst du nicht? Nein, ich weiß, was ich dir alles geschrieben habe. Ich habe die ganzen Briefe gesehen. Was für Briefe? Meinst du... ...diesen einen Brief, den ich ihr geschickt hatte? Ja, und noch ganz viele andere Dinge. Warte, ich habe sie sogar dabei. Ich traue dem Typen immer noch nicht. Ich bin Eis! Ähm... Ich hasse ihn. Ich hasse ihn so sehr. Das vielleicht... Ähm... Was... Äh... Warum? Warum tut sie das? Ja, diesen Brief habe ich bekommen. Und das war meine Nachricht. Das stimmt. Warum hast du das? Und woher? In ihrer Box. Und warum gehst du da rein? Ähm... Weil ich da halt rein wollte. Ist mir jetzt auch egal. Verdirrt mir meinen Abend nicht. Ich... Ich hasse dich. Das... Wollte ich nur einmal gesagt haben. Äh? Also, ich bin wieder da. Toll, dann können wir ja... ...glaub ich, weiter machen. Ich würde sagen nicht, dass ich weine, aber... Sie fehlt mir. Ähm... Warum weinst du? Nichts. Es ist... Ist es wegen diesen Cayenne? Nein. Komm, wir essen weiter. Warum weint man dann? Ich habe noch andere Gründe im Leben. Naja, wie du meinst. Tut mir leid, ich gehe. Es war trotzdem schön. Danke. Na gut, dann esse ich halt alleine. Ice Cream! Oh, sorry für den Fail. Wohin will der denn? Äh, Cayenne. Cayenne, warte auf mich. Oh, sorry. Ähm, hey Blossom, bist das nicht du? Ja, ich ran von zu Hause weg. Warum? Ach, weißt du, Spirit gefällt mir nicht mehr. Ähm, er ist sowieso nur noch in der letzten Zeit. In der letzten Zeit böse auf mich. Hast du irgendwas etwas getan? Nein, eben nicht. Oh. Das ist doof. Was macht Blossom denn da? Ähm, warum weinst du? Na, das ist alles okay. Ehrlich? Du kannst mitkommen. Alles gut. Du bist die Beste. Das hat er nicht ernsthaft gesagt. Das hat er ernsthaft gesagt. Warum? Warum?